3. 4. 5. 7. 10. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. Yeah Yeah Menschenskinder, Menschenkind Des Menschenkindes ist es wirklich so schlimm Menschenängstig, wenn gern selbstbestimmt Doch trockeln nur, wie es typisch menschlich ist Menschen ziehen Grenzen und bekämpfen sich Erheben, begehren, doch schenken sich nichts Das menschliche Antlitz, menschlich schlecht Und am Ende des Tages fragt man, was menschlich ist Der Mensch fühlt Schmerzen, doch er schmerzt den Menschen Bedenkliche Tendenzen, wie Essen zu verschwinden Mensch ist Sender und Empfänger der Sendung Doch keine Frequenzen finden gefährliche Wendung Mieser Truppen werfen Böses Richtung Filantrop Menschen geißeln sich in dem Drang nach Eroberung Einer geht nach oben, einer nach unten Und dazwischen verlieren sich Generationen Komm Anruf auf Ruhe Auf Ruhr, Anruf Auf Ruhr 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 Er sieht Fetze Leiber, ohne Sorgen Scheinbar mit den richtigen Scheinen Ist einfach alles greifbar Er ist eiskalt, auch wenn jemand schreit Er serviert den nächsten Gang, frisst einfach weiter Kein Interesse an Hunger, hat Tiere im Magen Und er kotzt vor Freude vor dem nächsten Braten Er ist begeistert von der Artenvielfalt Tot auf seinen Tellern, sieben Gängen gebracht Er gießt Öl ins Feuer, genießt den schönen Sommer Reduziert Fixkosten und der Rubel rollt Er investiert in Kriege auf beiden Seiten Schießen auf weiten Seiten mit seinen heißen Eisen Sucht seinesgleichen, nur unter Steinreichen Um dann leicht zu verteilen und Preise zu steigern Und die die Steine schmeißen auf seine Marktanteile Lässt er liebend gern einkreisen, von Söldnern aus peitschen Er fühlt sich als Speerspitze menschlicher Entwicklung Jeglichen Charme verdrängt der menschliche Pitbull Er reißt das Fleisch, reißt es in zwei Er geht über Leichen und heimst es sein Anteilnahme ist ihm einerlei Es geht um seine Einnahmen, sein Anteil Sein Vorteil, sein Hype, sein Sein Und am Ende des Tages komm ihm nicht mit Menschlichsein Ich versuche dich, aber ich kann es nicht 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 Ich kann es nicht Ich kann es nicht Er fühlt sich verlassen, ein blasses Hemd Seine Verfassung ist schlecht wie das Verfassungsrecht Fragt sich zu Recht, passiert es jetzt? Wer hat dieses Grundgesetz auf Grund gesetzt? Der queschte Nächsteil für Pechneid Leid lässt sich wie im Nightliner einfach treiben Es lässt sich lässig sinnieren und schreiben Doch schreiben ist sinnfrei, niemand hört die Zeilen Ausweg, los, Aussichts, los, Grenzgänger Wohin treibt sich der Sturm? Wohin, woher suchst du ein gutes Sohn? Obacht, die Fesseln halten euch am Boden 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 I try to call you but I can't get three Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.